Willkommen zurück zu Catherine. Nach einer kleinen Stärkung, lecker asiatisch, geht es nun weiter. Lass uns reden. Wollen wir erst mit Martha reden? Die sind immer so schnell weg, finde ich. Dann sind die auch ein bisschen älter. Möchtest du gern mit Martha sprechen? Ich hasse Politiker. Politiker hat eine Sache positiv. Was? Scheiße. Weißt du, welcher Archie war? Nein. Der Langhaarige. Ach so. Auch schon. Sind immer Lehrer drin. Ähm, hier ist keiner mehr, ne? Ne. Okay, ich schütze mich wieder. Ich trinke mal kurz was auf den Schrecken. Nun, wie sterben hier gerade alle Leute? Was macht ihr denn? Was will er machen? Ich bin nicht klar. Ich bin nicht klar. Du hast bestimmt ein Indomie, das sie haben. Stage. Blablabla. Blablabla. Durchaus. Wie ist mein Handy zu spammt? Ich hab. Ich hab. Wollt trinken. Wollt trinken. Wollt trinken. Ja. 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 Ich hätte sie ja Pusse. 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 Ja. Hier. Wisch. Oh, den will ich trinken. Die sind ganz schön dunkel. Pusse. Oh, den will ich auch mal werden trinken. Pusse. Pusse. Empty. Okay. Ich finde, dass er schon immer angedrunken hierher kommt. Was denken wir denn? Wir hatten gerade einen Cocktail. Bier hatten wir doch schon ewig nicht mehr. Jupp. Hier. 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 Jenner... Wenn der, das mit drei Schlöcken trinkt? Ein witziges Glas wird wirklich leerer! Was ist das denn jetzt? Das war neu, das Verständnis. Tut mir leid, dass du dir Sorgen um mich gemacht hast. Sorry, ich erkläre dir alles, wenn es vorbei ist. Ja, das dann. Gute Nacht. Soll ich das machen? Andere. Ja. Jetzt kommen die bestimmt mit... Weißt du, wie ich liebe dich zu mir? Raun. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nein. Lass mich in Ruhe. Wenn mein Handy mal so aufklingen würde. Das kann nur aus Deutschland sein. Was ist das? Wesopotamien? Was ist das? 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 Ich habe immer noch ein Messer müssen. Mhm. Du kannst schon mitziehen. Ich hoffe, du arbeitest fleißig. Ich liebe es, wenn du von deiner Arbeit erzählst. Oh, morgen haben wir uns erstes echtes Date. Ich bin so aufgeregt. Lass uns nach dem Kino besuchen noch etwas machen. Oh Gott. Was ist das? Ich muss das mal aufstehen. Ich muss das mal aufstehen. Lass uns schon aufstehen. Äh... Aufstehen war... Weg. Sind sich schon ein paar Leute gekommen? Ah, Justin ist da. Ah, das ist... Anna. Wo ist Daniel? Hey, du kennst, wie Daniel ist? Ich kann dich nicht erreichen. Du? Du kennst dich und klingst deinen Freund jeden Tag? Ich hab keine Freundin. Na klar. Du machst das nicht. Ah, weil ich kein Handy bieten ist. Also mein Handy nicht vernünftig. Äh... Nutzung aber... Online mache ich das. Ich meine doch online. Doch. Wenn ich da Urlaub auch nebeneinander sitze. Und er ist nicht in dem Ort, wo er war. Schlimm. War's schlimm? Ich? Ja. War's schlimm. All die Männer, die über Nachtmere reden, sind tot. Er wird auch sterben. Es ist okay. Er hat adoptiert. Er hat hart gearbeitet, um die Eltern, die ihn gegründet haben. Er hat seinen Weg durch. Und er hat mit der Pressure für all sein Leben. Und dann, um es alles zu Ende, wie das... Ist das okay? Ich glaube in ihn. Oh, die Verarschen. Wie kann ich ihm glauben, was du sagst? Ich hasse es, das sagen zu müssen. Aber du warst beim Essen sehr merkwürdig. Tut mir leid, aber ich bin nicht so naiv, dass ich alles glaube, was aus deinem Mund kommt. Du musst mir die Wahrheit sagen. Wir werden unser Leben miteinander verbrängen. Das ist jetzt wirklich erledigt. Vertrauen mir. Hör auf mich in die Mangel zu nehmen. Ich fühle mich deswegen auch schlecht. Das heißt, wenn ich es jetzt sehen würde, könntest du es nicht verstehen. Das ist nicht genug. Gute Nacht. Wir brauchen beide etwas Zeit, um uns zu beruhigen. Bis dann. Darüber rede ich nicht mehr. Bis dann. Ja, ich weiß nicht, wird alles Bild von Catherine mit C sehen. Ich weiß nicht, dass er ein Mann ist, der nicht der Vater von ihrem Kind. Und sie wird nicht sagen, dass er nicht. Das ist die Wahrheit. Warum? Weil sie eigentlich nicht wissen, wer der Vater ist. Also, in allen möglichen Vater, sie geht für den, der 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 Kindest ist und der Kindest ist. Und er hat das Kind. Und er hat das Kind. Und er hat das Kind. Ich bin sicher, dass er glücklich wäre, wenn er nicht wusste. Ich glaube nicht, dass ich das glaube. Ich glaube, dass ich das glaube. Ich höre, dass in jeder romantische Beziehung, dass in jeder romantische Beziehung ist. Oh, in Faschen? Das Rapunzel-Spiel, das du in der Bar spielen kannst, scheint mehr als ein mögliches Ende zu haben. Auch wenn du es einmal geschafft hast, lohnt es sich vielleicht, es noch einmal zu spielen. Findest du den Schlüssel, um die Wahrheit dieser Geschichte zu entdecken? Spiele die ganze Nacht Videospiele. Aber du mal nicht. Wie lange schon das Klötze ziehen im Altraum? Da ist er. Der Polizist. Der Polizist. Ach du Scheiße. Ich dachte, oben wird das ganz schön leer sein, ne? Der Polizist. Ja. Der Polizist. Ja. 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 Ich kann es aber nicht mehr heller machen. Wir können es höchstens oben noch mal drehen. Schau mal gegen die Lampe. ich bin ich bin um vorsichtig sein nein es ging entlang auf den Weg Wir haben scheiß Lampen getroffen. Oh, 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 oh. Ja, ja, es ist gut. So, es ist gut. Man sieht uns bitte. Die gehen jetzt. Ich gehe auch. Wurde uns nicht los, bitte. Scheiße! Tut mir leid, Leute. Nächstes Mal. Was ist los? Ist sie hoch? Was ist so nass, die Drohne? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Es ist eine Nachf WHOLE是啊. Diese Dić Attorney. Oh. Vielen Dank.